Mit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Stands Survivors. Und im letzten Part war einfach nur ein Wunsch übrig und das ist, diesen Charakter hier zu erstellen. Nachdem wir diesen extrem starken erstellt haben, werden wir uns heute diesen widmen. Ob wir dann das Ganze schaffen oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Wir kriegen hier Different Three Stars Stands. Bekommen wir nochmal Max-HP dazu. Okay, nice. Damit könnten wir auch den zweiten komplett schaffen. Wir können uns aber auch mal auf die dritte Map machen. Huch, die wollte ich jetzt einfach nur anklicken. Oh nein, was ist jetzt hier los? Stacheln. Ich glaube, wenn man da reinläuft, das ist nicht ganz so cool. Ich hoffe mir jetzt einfach mal, dass wir hier auf der dritten Map einfach mehr Ressourcen kriegen. Das schaut so aus. Sodass wir dann gleich einfach ein bisschen mehr machen können. Wir können mehr craften, wir können mehr bauen. Wir können einfach nochmal ein bisschen mehr machen, weil die 15 Minuten sind immer so limitiert. Und ich hätte eigentlich Bock viel mehr zu machen. Wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an. So, der neue Charakter. Was haben wir jetzt überhaupt gesagt? Wo wollten wir hin? Nein, wo war er denn? Was brauchen wir? Hilfe! Ich habe nicht geschaut. Wir brauchen einmal dieses Wasser-Ding. Ich glaube, es war er hier. Den da brauchen wir. Wie kommen wir jetzt wieder da dazu? Und, wen brauchen wir noch? Warte mal, es waren die hier. Der war es, da war es. Okay, wir brauchen einmal den Skelettbogen. Da brauchen wir Skelett und Bogenschütze. Und wir brauchen aber auch Magier und Skelett. Das heißt, Magier und Skelett. Wir nehmen aber auch Schweinchen mit. Weil Schweinchen redet uns auch voll viel. Und den Schildträger können wir eigentlich auch mal gleich noch mitnehmen. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Dritte Map. Okay. Es sind Stacheln hier. Ich denke mal, die Gegner sind auch extrem stark. Oder stärker. Ich habe es noch nie gespielt. Wir müssen auf der zweiten Map auch noch gucken, dass wir... Jetzt haben wir auch 19. Wenn jetzt der Ambus kommt und wir haben auch 19, dann bleibt es, glaube ich, gleich. So, wir nehmen noch einen von denen mit. Wir sollten uns aber konzentrieren auf das, was wir brauchen. Office-Worker nehmen wir aber trotzdem mal mit. So, wenn jetzt der Ambus kommt und kein Erz zusätzlich, dann spawnen anscheinend die gleichen Ressourcen. Weil da habe ich mich das letzte Mal schon aufgeregt. Ja. Dass wir dann genau auf 29 stehen. Und somit nur zwei Sachen machen können. Aber wir machen halt einfach gleich mal ein grünes Equipment. Ja. So. Was stockt denn da jetzt immer die ganze Zeit? Oder ist das der Blitz, der uns dann so stockt? Oder was ist es? Fühlt sich unangenehm an. So. Die brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Wir nehmen mal einen von denen zwei mit. Dass wir ein bisschen mehr Geld bekommen. Und dann brauchen wir eigentlich den Magier. Setzen wir auch drauf. So. Ich hoffe, ich bin jetzt komplett verkehrt. Wir müssen uns das gleich nochmal alles nochmal anschauen, wen wir jetzt da brauchen. Und 192 Gold. Das hat sich irgendwie im anderen Level genauso angefühlt. Das heißt, wir müssten eigentlich noch permanent noch einiges aufleveln. aufleveln, damit wir da besser werden. Mal gucken, ob wir die dritte Stufe erreichen. Oder schaffen. Ich will jetzt eigentlich nur mal, dass es jetzt so... Das, was ich schaffen will, ist... ...einfach nur den Herd zu stellen. Und gar nicht mehr. So, wo bin ich denn jetzt da wieder drauf? Elektro. Und dann er hier. Nein, er war es nicht. Nein, der hier. Der war es. Wir brauchen die zwei. Wir brauchen auf jeden Fall noch Knochis. Zauberer. Und Bogenschütze. Den darf ich nicht vergessen. So, da haben wir doch schon mal einen. Haben wir jetzt genug von denen? Ja, das haben wir. Und Bogenschütze. Slingshot brauchen wir jetzt auch nicht. Da haben wir doch einen. Okay, come on. Let's go. Ich will auch nicht so viel rollen. Ich will es nicht verschwenden. Lieber tun wir mal ein wenig aufbauen, dass wir dann noch andere Sachen bauen. Ich weiß ja nicht, wer jetzt da rauskommt bei dem Epischen. Und am Schluss ist es total Quark und Müll. Oh Gott. Komm, wir sind am Anfang noch. Vielleicht können wir mal 4% mehr Gold mitnehmen. Aber so toll ist das nicht. Ich hätte mich lieber über mehr Speed gewünscht. Also was heißt, schnellere Angriffsgeschwindigkeit oder Movement Speed. So, nehmen wir noch da mal eine mit. Dann könnten wir schon mal den hier bauen. Bogenschützen brauchen wir auch. Schweinchen können wir auch noch eins mitnehmen. So, da haben wir doch schon die halbe Miete, oder? Da bin ich jetzt gespannt, wer da rauskommt. Ich habe keine Ahnung, wer das sein könnte. Aber wenn der noch kranker ist als der Chan-Chun, den wir das letzte Mal hatten, dann fällt mir nichts mehr ein, weil der ist ja echt extrem stark. So, wir bauen jetzt mal das Erzter noch ab. Komm, komm, komm. Und es wird gefährlich, wenn dann der Boss kommt, denke ich mal, in jedem Level, dass man sich da zusammenreißt und nicht auf diese Stacheln steigen will, wenn man ausweicht. All right. Zwölf haben wir schon mal. So, wir machen jetzt mal den hier fertig. Wir brauchen dann noch den hier. Das heißt, Bogenschütze und noch mal Skeleton Man. Für manchen nehmen wir auch noch mal eins mit. Und dann könnten wir rein theoretisch die zwei auch noch mal verbinden. Den Skelet Boy mal mit reinbauen. Was braucht man denn noch? Null. Wir haben sowieso null. Wir brauchen jetzt noch Bogenschütze und Skeletten Boy. Skelettkrieger. So, sind wir jetzt schon gut drauf oder nicht? Ich weiß es nicht. Wer macht denn von den normalen Einheiten am meisten? Oh, ist gar nicht schlecht. Okay. So, nehmen wir noch ein bisschen Gold mit. Wir brauchen, glaube ich, 450. So, dritte Stufe. Sind die Gegner jetzt auch schwerer? Ich weiß es nicht. Oder sind da einfach nur Stacheln am Boden? Es gibt, glaube ich, fünf Varianten von den ganzen Leveln. Das ist natürlich schon extrem, ne? Wenn du da alles schaffen willst, da bist du schon beschäftigt. So, den könnten wir noch mitnehmen. Den, den, den. Ne, wir wollen jetzt aber uns auf den Bogenschützen noch konzentrieren. Und dann brauchen wir noch ein Skelett. Was nehmen wir denn noch mit? Schweinchen brauchen wir nicht. Wollen wir dann wieder den Wolfskrieger mitnehmen? Können wir eigentlich noch machen. Nehmen wir die noch mit. Bogenschützen brauchen wir dann eigentlich nimmer, ne? Wir brauchen hier nur einen. Oh, wir brauchen zwei. Also Bogenschütze auf jeden Fall noch mitnehmen. Und ganz viele Knochenkrieger. Es ist gut, dass ich das nochmal angeschaut habe, weil das vergisst man. Dass man dann da zwei braucht. Und wir brauchen extrem lange das Erz abzubauen. Das ist gar nicht gut, aber ich glaube mit Mark hier braucht man da länger. Die Wölfe, die snacken das sofort weg. Die Einheiten hauen aber ordentlich drauf. So, wir gehen jetzt erst einmal auf den Amboss. Wollen wir uns ein bisschen eine Rüstung. Oh, wir haben schon zwei Amboss. Was ist die Mehrzahl Ambosse? Komm, wir verbinden einfach alles miteinander. Movement Speed. Komm, wäre das jetzt noch gar nicht so wichtig. Wir haben ja noch nicht so richtig krasse Stats. Ich würde gerne wieder ein bisschen HP Regeneration mit reinbauen. Und wie unfair ist das eigentlich? Genau auf die Stacheln. Könnten wir den da noch mitnehmen? Den da verbinden. Und dann bauen wir den da vielleicht mit drauf. Auch dann tun wir das jetzt aber nicht. Wir brauchen... Wir brauchen was anderes. Und das Spiel weiß auch was. Aber es gibt es uns nicht. Da ist er doch. Oh Gott. Die Stacheln machen ja 70 Schaden. Oh mein Gott. Und wenn da jetzt dann später ein bisschen viel los ist. Und ich glaube, wir sind gerade nicht gut drauf. Dann kriegen wir hier echt Probleme. Pickup Range. Als würde er irgendjemand Pickup Range brauchen. So, Skelett. Dann haben wir hier nochmal den nächsten. Dann haben wir wenigstens schon mal einen. Wir brauchen aber noch mehr. Den brauchen wir nochmal. Und dann brauchen wir... Was brauchen wir denn dafür? Skelett. Wir brauchen dann noch mehr Bogenschützen. Auch noch, ne? Bogenschützen. Okay. Alright, 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 alright. Das kriegen wir zusammen. Wir müssen uns bloß jetzt ein wenig schicken. Weil wenn wir das... Wenn wir uns jetzt weiter so anstellen, dann schaffen wir wahrscheinlich nicht einmal den ersten Boss. Und da wirkt es bloß gerade so schwierig. Ich weiß es nicht. Erz abbauen ist auf jeden Fall... Läuft auf jeden Fall gar nicht. Erz abbauen mit Magie. Läuft gar nicht. So. Jetzt machen wir uns mal den hier. Haben wir schon mal einen. Wir brauchen jetzt aber nochmal einen. Ähm... Setzen wir mal den Wolf drauf. Dann können wir doch die mal abbauen. Brauchen wir jetzt da auch nochmal was. Wir können mal die Magie-Dinge da mitnehmen. Dann gehen wir mal voll auf Magie. Schweinchen brauchen wir nicht. Den könnten wir auch noch mitnehmen. Und wir können uns dann später noch eine andere Einheit bauen. So. Und der Wolf, der erklärt das jetzt eigentlich. Auch nicht so viel. Vielleicht bin ich einfach gerade auch viel zu schwach. Keine Ahnung. Wir werden sehen, was jetzt gleich passiert. Wir kommen jetzt gleich zum Zwischenboss. Keine Ahnung, ob der auch schwer da ist. Oder ob der genauso leicht ist. Ich will einfach bloß mal das herstellen. Und dann kann ich ja noch weiter crabten. Es geht ja gar nicht darum, das Level jetzt zu schaffen. Können wir ja nochmal einen Part machen. Ich will jetzt einfach mal diesen epischen Ding da herstellen. Und wenn ich danach tot bin, dann ist die Folge wenigstens kürzer. Ich meine, ihr könnt euch ja vorstellen, wie es dann ausschaut. Wenn man das gewinnt, man kriegt halt bloß noch was Besonderes. Das heißt, was Besonderes. Deads for permanent. Aber wenn ich jetzt sterben sollte, ist das auch nicht so schlimm. Okay. So, was nehmen wir jetzt noch mit? Wir brauchen auf jeden Fall... Den könnten wir noch mitnehmen. Dann könnten wir die mal verbinden. Wir brauchen... Das brauchen wir alles gar nicht. Magier brauchen wir auch nicht. Wir brauchen einfach nur Bogenschütze und Knochenmeister. Den könnten wir noch bauen. Das ist auch gut. So, da haben wir den Bogenschützen. Den können wir wegballern. Oder nehmen wir den noch mit? Keine Ahnung. Bin gerade ein bisschen verwirrt. So, und jetzt brauchen wir mal ein bisschen gutes Equipment. Sonst wird es hier nichts mehr. Mal was zusammensetzen. Attack Speed. Okay. So, das schmeißen wir alles weg. Das wird sowieso nichts mehr. Ich denke, im nächsten bauen die ein, dass man das hier irgendwie zusammen machen kann. Magie Power. Kommen wir, gehen wir auf Magie Power. Wir brauchen eigentlich ein bisschen Lebensregeneration. Das wäre geil gewesen. Ich habe jetzt gar nicht geschaut. Habe ich wieder vergessen. Vielleicht hat man das sogar schon. Weil ich regeneriere ja so gut wie gar nichts. Und das könnte jetzt ein Problem werden. Wo ist denn... Achso, bei sieben Minuten kommt der da bei sechs. Kommt der denn bei sechs Minuten? Kommt der jetzt später? Oh mein Gott. Ich brauche auf jeden Fall Regeneration oder irgendwas. Irgendwas muss mich jetzt retten. Sonst sind wir tot. So, machen wir mal den hier noch. Dann. Den brauchen wir noch. Und jetzt brauchen wir noch mal einen Bogen schützen, oder? Zack. Dann können wir noch den hier machen. Und dann glaube ich haben wir es, oder? Oh, wir können sogar in die nächste Tür. Okay. Lebensentzug. Ist das Lebensentzug? Ich glaube immer, wenn man Gegner tötet, muss man dafür Lebenspunkte bekommen. Warum habe ich den nicht vorhin weggelöscht? Picker bei Tag Speed. HP Regeneration. Nice. Armor, Physical Grid Damage. Wir gehen mal hier drauf. Movement Speed wollen wir haben. Ähm, ja. Okay, nice. So, das war schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir zwei Sachen, die uns regenerieren. Bevor der Gegner kommt. Und wir laufen dann beim Gegner ein bisschen außen rum. Wir müssen jetzt bloß extrem aufpassen, dass wir nicht in diese Stacheln reinlaufen. Oh mein Gott. Wir machen denen, glaube ich, gar keinen Schaden. So, das war schon mal gut ausgewichen. So, wir bauen jetzt den hier zusammen. Und dann bauen wir den hier. Und wer kommt raus? Oh mein Gott, wer ist das? Skeletan King. Physischer Schaden. Macht fünf Skeleten. Jedes von denen. 1234 Schaden. Oh, lasting 15 seconds. This sounds very nice. Okay, alright, alright. Dann brauchen wir jetzt bloß noch mal irgendwelche anderen guten Einheiten, die den Flopsy-Bopsy hier jetzt einmal ein bisschen einheizen. Weil sonst schaffen wir das nicht. Aber das wäre jetzt auch kein Stress. Jetzt haben wir zumindest einmal die Einheit gesehen. Regenerieren tun wir auch. Movement Speed ist relativ langsam. Alright. Oh, das war knapp. Warum haben wir Schaden bekommen? Weil wir wahrscheinlich in die Stacheln reingelaufen sind. Und wir werden sterben, schätze ich. Aber wie geil ist das? Wir hatten ihn. Die Folge ist relativ kurz. Wir sind halt auf dem dritten Schwierigkeitsgrad. Und jetzt muss ich mir mal überlegen, dass ich hier irgendwas zusammenbekommen, was man auch gebrauchen kann. Weil ansonsten haben wir gleich ein echtes großes Problem. Zack, movement speed. Dann nehmen wir den noch mit. Und attack speed. Und wir nehmen nochmal attack speed mit. Ja, wir wären gar nicht so schlecht in der Zeit. Wir könnten ihn rein theoretisch schaffen. Wir sind jetzt bei der Hälfte. Es wird knapp. Ich gehe mal davor aus, dass der aber auch extrem viel aushält einfach auf Stufe 3. Vielleicht ist jetzt dieser Knight auch nicht der beste. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was wir noch bauen können. Da wollen wir gar nichts mitnehmen. Okay, dann nehmen wir halt den da noch mit. Dann können wir den da noch bauen. Und dann könnten wir den noch da reintun. Aber so richtig interessieren tut mich jetzt kein weiterer. Das ist ganz schön gefährlich, wenn du hier was upgradest. Und du stehst auf diesen Stacheln. Wie kann es passieren, dass du an dem Deckel kriegst? Okay, komm, was blau ist. Nice, movement speed nochmal. Wir könnten es nochmal zusammenbauen. Wir müssen es jetzt aber erst einmal noch lassen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo wir waren. Wir können uns jetzt aber noch schneller bewegen. Jetzt werden wir das noch schaffen. So, Geheizzimmer. Wir müssen jetzt bloß schauen, dass wir es von der Zeit noch schaffen. Dazu müssten wir jetzt ganz viel Schaden machen. Und dann könnten wir uns nochmal reanimieren. Okay, die Bälle kommen raus. Was nehmen wir noch mit? Wir nehmen den hier noch mit. Wir brauchen... Was nehmen wir denn noch mit? Was wollen wir denn jetzt bauen? Wenn wir den schaffen. Den Wolf können wir noch mitnehmen. Den brauchen wir noch, damit wir den bauen können. Das ist schon mal nicht schlecht. Das klingt doch schon mal gut. Müssen wir den bloß noch zerstören hier. Und wir haben ihn zerstört. Okay. Ich hätte es nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Jetzt gucken wir mal, dass wir uns noch was anderes richtig krasses bauen. Weil sonst war es das nämlich. Und dann haben wir nämlich gleich verloren. Einmal noch einen Schluck trinken, bevor wir irgendwas zusammenbauen. So, dann klicken wir mal Forging. Dann bauen wir alles zusammen. 5% Crit Rate. Dann haben wir 12. Das ist schon mal gut. Die bauen wir auch zusammen. Magie Power. Und... Das schaut doch gar nicht schlecht aus. Können wir noch mal ein bisschen was zusammenbauen. Wir können auch mal noch in die nächste Tür reingehen. Gehen wir mal da hoch. Plus 6 Lifesteal. Healthsteal. Also Leben. Oder Gesundheit. Ja. Keine Ahnung, ob das jetzt gut ist. Ist dieser Ritter da gut? Der macht halt 5 solche Skelettenritter. Aber ob der jetzt richtig krank ist? Keine Ahnung. Ich sehe es ja irgendwie gerade nicht so. So, jetzt bauen wir mal den da noch zusammen. Und jetzt könnten wir noch die Wölfe mitnehmen. Dass wir uns den Freund da mitnehmen. Den können wir immer mitnehmen. Skelett brauchen wir eigentlich jetzt nicht mehr. Ähm. Ähm. Okay, wir haben jetzt den hier. Wir brauchen jetzt noch Wölfe. Und den brauchen wir ja noch doppelt. Das heißt, wir könnten... Wir könnten einen Wolf noch mitnehmen. Wir brauchen aber auch... Elektrokugeln kriegen wir ohne Ende. Aber das, was wir jetzt brauchen, das kriegen wir jetzt gar nicht, oder? Ja, perfekt. Okay. So. Also gut. Dann halt nett. Dann schauen wir uns das Ganze halt mal an. Und das wird jetzt langsam kriminell. Ich glaube nicht, dass wir das so schaffen. Wir dürfen auf jeden Fall nicht in die Stacheln reinlaufen. Geh noch mal hoch. Erz ist auch keins mehr da. So. Wir brauchen auch noch komplettes Map. Synthesize 5x 1 Star Purple Stands. Das 5x Lila nennen. Können wir schafften. Und 150 von Monster Iron. Wir haben gerade mal 23. Ja, gar nix. Aber wir werden vermutlich, gehe ich jetzt davor aus, das Level auch gar nicht schaffen. Was auch nicht schlimm ist. Weil. Und dann werden wir im nächsten Part einfach mal die ultimativen Waffen auspacken. Und dann dieses Level sowas von zerstören. Mit Shang-Chi, mit dem Helikopter und sonst irgendwas. Denn ich denke mit diesem Skelett King, der ist nicht der allergeiste, oder? Also zumindest macht er nicht so den Eindruck. Spawnen zwar 5 Stück, aber wir tun uns relativ schwer. Und Erz bauen wir schon gleich gar keins ab. So. Eigentlich habe ich schon gar keine Lust mehr, weil sie so ultra zieht. Das heißt, wir schaffen hier ja gar nix. Wir brauchen jetzt einmal nochmal, vielleicht können wir noch irgendwas herstellen. Den Wolfskrieger. Oder irgendjemanden. Weil so kommen wir auf jeden Fall nimmer recht weit. Lifestyle haben wir auf jeden Fall einigermaßen. Was brauchen wir jetzt für den nächsten Raum, 2300. Schau mal her, wir schaffen den ja gar nicht. Ist ja eine Katastrophe und wir sind jetzt auch gleich tot. Komm, wir bauen jetzt nochmal jemanden. Wir brauchen jetzt halt noch den Wolf brauchen wir noch. Den müssen wir upgraden auf 3. Ach, da hätten wir auch nochmal einen gehabt. Oh no, gar nicht gesehen. Und die zwei. Dann könnten wir zumindest mal noch Ninia-Kämpfer bauen. Den könnten wir dann da hinsetzen oder da hin. Aber das ist auf jeden Fall nicht das, was ich jetzt brauche. Hm. Wir bekommen ihn nicht. Wir bekommen ihn einfach nicht. So, vielleicht kann er der Ninia schon mal ein bisschen was reißen. So, wir haben nur noch blau. Das heißt, wir schmeißen die anderen jetzt alle wieder weg. Zack, 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 alles grüne weg. Und bauen wir nochmal ein bisschen was blaues. Dann können wir die nochmal zusammensetzen. Gucken wir nochmal Magic Power. Magic Power, Magic Power, HP Regeneration. Komm, wir gehen mal voll auf Magic Power. HP Regeneration würde ich jetzt nicht ungern rausnehmen, weil ihr seht schon, was hier passiert. Wir brauchen unbedingt jetzt noch einen besseren Krieger. Wie können wir das schaffen? Wir müssten jetzt halt die Knights bekommen, die Schwertkämpfer. Um dann ähm, zumindest mal den Wehrwolf zu machen. Und Wehrwölfe brauchen wir ja auch noch. Also, hm, schwierig. Ja. Der Magier macht uns immer schön mehr Magie. Also der kriegt immer immer plus drei, glaube ich, Magiepunkte. Aber es würde nicht ganz reichen. Wie gehen wir hier noch rein? Machen wir mal 18 Dämm, äh, Defense noch rein. Rüstung. Dass wir da noch ein bisschen mehr gewappnet sind. Vielleicht halten wir da mehr aus. So, jetzt haben wir unten was freigeschalten. Vielleicht können wir noch schnell im Level aufsteigen. Jawohl, das haben wir geschafft. Ich wollte schon sagen, wo ist denn die Statue? Aber die steht ja da. So. Das brauchen wir alles nicht. Den da. Können wir noch zweimal mitnehmen. Dann könnten wir noch mehr bauen. Aber das ist nicht das, was ich brauche. Warum bekomme ich den jetzt nochmal? Unfair. Da ist er doch. Zack. Wir können ihn nicht bauen, aber danach können wir ihn bauen und dann sind wir vielleicht gerettet. Wir schauen uns das jetzt gleich mal an. Mal gucken. Wir müssen noch ganz kurz durchhalten. 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 Lebensregeneration ist da. Wir haben unbandlich viel live. Hängt es zusammen mit dem neuen Upgrade, was wir gemacht haben mit dem Level. Wir sind aber auch schon auf 13.25 von der Zeit. Okay, wir machen hier einen Umhang. Und wir haben hier Physical Grid. Komm, wir setzen das da drauf. Und wir schauen einfach mal, was sich dann ergibt. Was haben wir denn eigentlich? Erst Physical Grid? Und diese Magie, Magie, Magie. Physical, also so halb, halb könnten wir das machen. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch einmal, dass wir uns neue Leute holen können. Das wäre ganz wichtig. Und dann brauchen wir noch einmal Glück, sodass wir unseren nächsten Purple machen können. Veggie. Weil ansonsten sehe ich da eigentlich Schwarz für uns. So, da ist es. Okay, 13 haben wir. Wir können jetzt den zusammenbauen. Machen den zur Stufe 2. Und können dann unseren Wolfsmenschen bauen in der nächsten Stufe. Und ich hoffe dann, dass es reicht. Wir werden vermutlich den Endboss nicht besiegen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir genug Damage haben, um den Endboss zu besiegen. Dafür sind wir einfach zu schlecht, so wie das ausschaut. Da waren wir vorher ignorant, viel besser. Aber wir wollten ja einfach mal den Knochenkrieger hier ausprobieren. Und mehr nicht. Okay, wer gibt uns jetzt eigentlich so viel Life? Es ist immer noch das Schweinchen. Oder ist es jetzt einfach, weil wir gelevelt haben? Das können wir dann mal probieren. Bei mir im zweiten Level muss ich ja sowieso 1500 Life zusammenkriegen. Dann probiere ich das mal. So. Kriegen wir jetzt da noch was Geiles? Irgendwie gar nicht. Wir nehmen noch mal Movement Speed, damit wir jetzt ja dann von dem Gegner zumindest ein bisschen besser dodgen können. 2, 3 für die nächste Tür. Wir haben viel Rüstung, wir haben viel Lifesteal, wir haben gute HP Regeneration. So, da ist er. Der Boss ist da und wir holen uns jetzt noch den Wehrwolf. Okay, aber ansonsten sind wir komplett verloren. Das heißt, wir brauchen hier jetzt unbedingt irgendwie nochmal einen zweiten Krieger. Ja, das war schon mal gut. Und. Hm. Dann schauen wir mal, was wir noch machen könnten. So. Machen wir Schaden an ihm? Nö. Ein bisschen. Und er macht aber extrem Schaden bei uns. Hm. Wir werden es gleich sehen bei der Halbzeit, ob es reicht oder ob es nicht reicht. Ich denke einfach mal, die Charakteren sind zu schlecht. Ich will es auch gar nicht probieren. 2 Minuten 25. Und das war's. Wir werden es das nächste Mal probieren mit anderen Charakteren auf der Stufe 3. Wenn es dir gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.